Herzlich willkommen bei den DRK Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern GGMBH. Die DRK Pflegeeinrichtung Mecklenburg-Vorpommern umfassen mehrere Wohnanlagen. An sechs Standorten Grevesmühlen, Klütz, Schönberg, Prohn, Zingst und Neustrelitz finden über 600 Menschen ihr Zuhause und rund 400 Mitarbeiter einen soliden Arbeitsplatz. Freizeit und Natur, Arbeit und Wohnen, Gesundheit und Sicherheit. Es gibt viele Gründe, warum es sich lohnt, an der Ostsee zu leben. Und beim DRK zu arbeiten. Du möchtest in einer traumhaft schönen Umgebung arbeiten und Teil unseres Teams werden? Du liebst den Umgang mit Menschen? Du möchtest mal etwas Neues wagen und dich nach einem Arbeitstag am Strand erholen? Dann komm zu uns! Wir suchen engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Standorte an der Ostsee. Uns ist es wichtig, dass nicht nur der Job passt, sondern die Umgebung, Freizeitangebot und Erholung ebenso stimmt. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns, denn wir leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich werde mich nicht so planchen. Ich werde sagen. Ich werde mich nicht so planchen.